Herzlich Willkommen zur dritten Folge der Lehrserie über Intimität mit Gott. Ich zitiere zu Anfang den Apostel Johannes, der sagt, Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 1. Johannes 4,16 Erkennen, Gott liebt mich wirklich. Glauben, Gott liebt mich wirklich. Und feststellen, Gott ist Liebe und ich darf in seiner Liebe bleiben. Und dann bleibe ich auch in Gott und Gott bleibt in mir. Ein höheres Ziel und ein schöneres Leben gibt es gar nicht. Wichtig ist, dass es bei der Intimität mit Gott wie in jeder Liebesbeziehung nicht um das Erfüllen eines bestimmten Sollmaßes geht, sondern um etwas, nach dem wir uns sehnen, nach dem sich beide Partner sehnen. Wir müssen nicht mit dem Geliebten Zeit verbringen. Wir dürfen. Ja, wir wollen. Das hört sich ja ganz gut an, aber bei mir ist es doch eher ein Müssen, sagen vielleicht einige. Deshalb möchte ich im Folgenden über ein paar Wahrheiten sprechen, die dabei helfen sollen, das Müssen zu verlernen und das Wollen zu entdecken. Als erstes müssen wir verstehen, müssen wir verstehen, dass es um eine Mischung aus Erkenntnis und Erfahrung geht, wenn ein Denkmuster oder eine Gewohnheit verändert werden soll. Ich muss erkannt haben, dass sich die Intimität mit Gott lohnt, dass Gott mich in seiner Nähe haben möchte und dass ich nichts leisten muss. Und ich darf die Liebe Gottes auch erfahren in seiner Liebe, in seiner Gegenwart. Gott liebt unsere Gesellschaft und er hat uns für die Liebe geschaffen. Gott liebt es, wenn wir ihm nah sind. Diese Berufung ist das größte Geschenk an uns, doch sie will gelebt werden. Wir sind geschaffen für die Liebe, für eine liebevolle Beziehung zu dem unfassbarsten Wesen, das es gibt. Aber eben diese Berufung, die auf uns liegt, die will auch gelebt werden. Diese Erkenntnis wird so oft durch Aufgaben und Aktivitäten verschüttet, die uns ablenken und bei denen wir meinen, mitmachen zu müssen, wenn wir zu einer bestimmten Gruppe gehören wollen. Wir vergessen es dann einfach, in unserem Alltag innezuhalten und Liebe mit Gott zu erleben. Der Zeitgeist beschäftigt uns mit immer neuen Ideen. Der Heilige Geist möchte uns in Gottes Gegenwart führen. Wir stehen irgendwo dazwischen und müssen uns entscheiden, diese Aufgabe wird uns nicht abgenommen. Hören wir auf das Locken des Zeitgeistes oder hören wir auf das Locken des Heiligen Geistes? Zweitens müssen wir es tatsächlich oft erst wieder erlernen, Zeit mit Gott zu verbringen, die eben nicht funktional geprägt ist. Wir müssen neu entdecken, wie sehr es sich lohnt, Zeit mit Gott zu verbringen. Es geht nicht primär um unsere 10-Punkte-Gebetsliste. Es geht um Zeit mit dem Geliebten. Der deutsche Dichter Wilhelm Busch, den man von seinen Max- und Moritz-Geschichten kennt, hat einmal etwas sehr Schönes zu diesem Thema gesagt, nämlich die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir liebten. Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, wo wir liebten. Busch bringt damit seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Essenz, der Kern, das Wesentliche unseres Lebens in den Zeiten liegt, in denen wir leben. Wenn wir am Ende unseres Lebens zurückschauen, was wird dann das Wichtigste für uns gewesen sein? Dass wir Ziele und Status erreicht haben oder etwas anderes? In ihrem Buch »The Top 5 Regrets of the Dying« führt Bronnie Ware unter diesen Top 5 das Bedauern auf, sich zu wenig Zeit für Beziehungen genommen zu haben. Interviews mit Forschungsstudien mit sterbenden Menschen sowie Erfahrungen von Palliativpflegekräften und anderen Fachleuten deuten genau auf das Gleiche hin. Das Bedauern, sich zu wenig Zeit für Beziehungen genommen zu haben. Es ist ein Fehler, so zu leben. Vertrauensvolle Beziehungen sind wichtig für unser Leben. Sie sind sogar lebenswichtig. Dafür sind wir geschaffen worden. Und das Wichtigste, was es an Beziehungen zu leben und zu entdecken gilt, ist die Beziehung zu Gott. Sie ist sogar überlebensnotwendig. Klammer auf, für Männer ist der Begriff Intimität mit Gott vielleicht etwas schwer zu greifen. Deshalb möchte ich kurz etwas dazu sagen. In meinem eigenen Leben habe ich festgestellt, dass Intimität mit Gott mich nicht verweichlicht hat, sondern im Gegenteil vertrauensvoller, mutiger und reifer hart werden lassen. Deshalb, liebe Männer, lade ich euch ein, lade ich dich ein, dich zu öffnen für dieses Thema. Intimität mit Gott bedeutet nicht, Gott zu einem himmlischen Teddybären zu verniedlichen, mit dem man ständig kuscheln kann. Sie bedeutet, dass wir mit dem ungebändigten Schöpfer des Universums tiefe und ehrliche Gemeinschaft haben dürfen. Gott ist nicht weichgespült und er wird es nie sein. Er ist gewaltig, erschreckend, unfassbar groß und heilig. Zugleich aber nennt er sich Vater. Sein Sohn ist ein Bräutigam und die weltweite Kirche ist seine Braut. Der Aspekt der Sehnsucht des Sohnes Gottes nach einer Braut beispielsweise mutet eher fremd an und wird deswegen oft ausgeblendet oder bleibt unentdeckt. Wo dieser Aspekt allerdings eine den biblischen Aussagen gemäße Rolle spielen darf, trifft man auf Menschen, deren Leben von Hingabe an Jesus durchdrungen ist. Nachdem wir verstanden haben auf der Erkenntnisebene, Gott ist Liebe und er will mit mir in eine Liebesbeziehung treten, nachdem wir entdeckt haben, es ist schön mit Gott zu sein, ich darf seine Liebe empfangen, können wir einen Schritt weiter gehen. Und da sind wir beim bräutlichen Paradigma, so nenne ich dieses Bild. Ich habe eben von Menschen versucht zu berichten, die dieses Brautparadigma, das Verständnis, dass die Kirche, die weltweite Kirche, die Braut Jesu ist. Ich habe von ihnen erzählt, dass diese Erkenntnis und die praktische Umsetzung sie zu hingegebenen Nachfolgern Jesu macht. Ihre Motivation, ein heiliges Leben zu führen, speist sich aus dem Wissen, dass sie geliebt und begehrt werden. Bei ihnen ist ein fortlaufender Prozess der Transformation zu beobachten. Weil sie erkannt haben, dass sie ein Teil der Braut Jesu sind, fangen sie an, sich auch so zu verhalten. Was heißt das? Für sie ist seine Wiederkunft nichts Theoretisches mehr, sondern ein konkreter Tag, den keiner kennt, aber auf den sie sich freuen und den sie herbei sehnen. Wenn wir Intimität und Nähe aus unserer Gottesbeziehung streichen, wenn wir vergessen, dass Jesus ein Bräutigam ist, der sich nach seiner Braut sehnt, was bleibt dann? Die wilde, erschreckende Seite Gottes, die es auch gibt, reicht nicht aus, um unsere Herzen ganz für sich zu gewinnen. Sie würde uns eher auf Distanz halten als anziehen. Da gibt es genügend Beispiele, auch im Alten Testament beispielsweise. Das Staunen, die Dankbarkeit und die Liebe werden geweckt, wenn wir realisieren, wer uns da eigentlich liebt. Und dass ausgerechnet dieser wilde, heilige, ungebändigte, ewige Gott möchte, dass wir ihn lieben. Ohne Intimität in der Beziehung zu Gott bleibt nur eine Religion übrig, die uns zu einem moralisch korrekten Leben auffordert, aber unser Herz einsam und hungrig zurücklässt. Religion an sich führt niemals zu Intimität, sondern hält uns auf Distanz zu Gott. Ich denke, jetzt ist eine Zeit für die nächste Geschichte, die illustrieren soll, wie Intimität mit Gott im Alltag aussehen kann. Ich möchte sie im Kontext von Offenbarung 19, 7 erzählen, wo es heißt, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Hier noch einmal dieses Bild, es wird eine Hochzeit geben, die Hochzeit Jesu, es wird eine Braut geben und diese Braut hat sich bereitet. Christen, die den bräutlichen Charakter der Gemeinde verstanden haben, leben zwar ganz im Heute, zugleich aber findet sich in ihrem Glaubensleben ein Aspekt, der wie von selbst auftaucht und dessen Kraft durch die Liebe des Bräutigams gespeist wird. Sie bereiten sich vor. Jede verliebte Braut tut das. Sie muss sich nicht erst dazu aufraffen, sich für den Tag der Hochzeit schön zu machen. Sie will es. Niemand muss ihr sagen, dass sie sich nicht mehr mit anderen Männern treffen soll. Dieses Kapitel ist für sie abgeschlossen. Ihre Gedanken kreisen um ihren Bräutigam. Wenn sie allein ist, sehen sie den Tag herbei, an dem sie ihn wiedersehen wird. Die Vorbereitungsphase auf die Hochzeit meiner Tochter war für mich wie eine Monate andauernde Predigt über das Thema Liebe und hat mir gezeigt, wie eine verliebte Braut denkt, fühlt und handelt. Das war eine Predigt und eine Anfrage an mich selbst. Neben ihrer Berufstätigkeit als Kinderkrankenschwester gab es für meine Tochter in den Monaten vor der Hochzeit nur ein Thema. Da meine Tochter bis zum Tag der Hochzeit bei uns zu Hause gewohnt hat, habe ich alles diesbezügliche mitgekommen. Alle Pläne, alle Szenen, alles Vorbereiten und alles Bestreben, dem Bräutigam an dem Tag ihre Liebe noch mehr zu zeigen als je zuvor. Wie sieht das bei uns aus? Wenn Jesus wirklich der Bräutigam ist und wir seine Braut, wie mag es ihm dann ergehen mit einer Braut, die so zerstritten ist und so sehr auf ihre eigenen Bedürfnisse fixiert ist, die oft nur die Gemeinschaft mit ihm sucht, wenn sie etwas will. Vielleicht weiß ein Teil dieser Braut auch gar nicht, dass sie begehrt wird und sie versucht Gott zu gefallen durch gute Werke. Das ist schwierig. Was für eine Braut wollen wir sein? Bereiten wir uns vor. Lass mich dazu noch ein anderes Beispiel für gelebte Intimität mit Gott geben. Dieses Mal stammt es aus der Bibel. In der Bibel wird viel von einem Mann berichtet, der eine erstaunliche Karriere machte. Der jüngste Sohn eines Bauern hat von Kindheit an eines verstanden und verinnerlicht und gelebt. Seine Beziehung zu Gott ist das Wichtigste in seinem Leben. Aus ihr heraus lebte der Hirtenjunge David, der später zu einem gewaltigen Kämpfer und Anführer und schließlich sogar zum König werden sollte. Es gibt viele Texte von David, die uns überliefert wurden. In ihren Worten entdecken wir einen Mann, der die Nähe Gottes über alles andere in seinem Leben setzte. Wir wissen, David war überhaupt kein vollkommener Mensch. Er hat schwere Fehler gemacht und große Sünden begangen. Aber er hatte eine Qualität in seinem Glauben an Gott, die bis heute ein Vorbild für uns ist. Er suchte Gottes Nähe sein Leben lang, weil er den Verlust von Nähe zu Gott nicht ertragen konnte. Deshalb lesen wir in Apostelgeschichte 13, 22 über ihn. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Ich möchte, dass Gott über mich etwas Ähnliches sagt, über dich etwas Ähnliches sagt. Ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Wie wird man denn so jemand? Ich glaube, indem man sich nach dem ausrichtet, was Gott am wichtigsten ist. Und das ist die Beziehung. Im Psalm 27, 4 finden wir von David einige Worte, die auf wunderschöne Weise beschreiben, welche Priorität er seiner Gottesbeziehung eingeräumt hat. Dort heißt es, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. David sagt hier erstens, es gibt diese eine Sache, die ist mir das Wichtigste. Nichts ist wichtiger. Zweitens, ich bete immer wieder, dass Gott mir hilft, trotz aller Arbeit, die Nähe zu ihm nicht zu vernachlässigen. Drittens sagt er, aber ich bete nicht nur, sondern ich trachte aktiv danach, meinen Teil beizutragen, mir Räume zu schaffen, dies als Priorität Nummer eins zu sehen, meine Beziehung zu Gott. Erstaunlicherweise ist Davids Prio 1 nicht funktional. Es geht nicht um Fürbitte, es geht nicht einmal um Anbetung. Es geht um das Sein mit dem Geliebten, um das Anschauen Gottes und das Sich-Anschauen-Lassen. Eine andere Geschichte erzählt ebenfalls von dieser Form von Intimität. Mitte des 19. Jahrhunderts lebte in Frankreich ein Pfarrer namens Jean-Baptiste Vianney. Dieser Pfarrer trat eines Tages in seine Kirche und sieht dort zum wiederholten Mal einen einfachen Bauern, dessen Augen in der Stille der Kirche nach vorn auf das Kreuz, den Altar und den Tabernakel gerichtet sind. Dieser Bauer betete scheinbar nicht, er schaute nur. Als der Pfarrer ihn schließlich fragte, was er denn da immer wieder tue, antwortete der Bauer, ich schaue ihn an. Und er schaut mich an. Das genügt. Was dieser einfache Mann erlebt hat, ist das Kostbarste, was wir erleben können. Die Nähe Gottes, die Gemeinschaft mit ihm, die ruhige Zweisamkeit. Ich schaue ihn an und er schaut mich an. Das genügt. Das hat David sich zum Ersten in seinem Leben gemacht. Gott anzuschauen, mit dem Geliebten Gemeinschaft zu haben. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Haus des Herrn, alle Tage meines Lebens, um anzuschauen. Die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel, in seiner Gegenwart. Diese Art von Gemeinschaft scheint Gott sehr zu lieben. Aber sie ist auch wirklich für uns lebensverändernd, wenn wir sie pflegen. Über diese Veränderung spreche ich dann in der nächsten Folge. Ich bete wieder zum Schluss. Vater, ich bin fasziniert von den Bildern, die du verwendest in deinem Wort. Von den Vorbildern, die uns vorgelebt haben. Von den Aussagen, die du machst über die Liebe. Es ist krass, dass wir zusammen deine Braut sein dürfen, Jesus. Es ist krass, dass du, Heiliger Geist, an uns wirkst, um der Liebe willen. Was für ein Gott bist du. Ich bete, Herr, dass du die Zuhörer dieser Serie segnest und dass du sie ziehst in das Verständnis und Erleben der Intimität mit Gott hinein. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!